Ein Penner! Ja, das ist ein Penner. Ein Hobo ist ein Penner. Ein Hobo ist ein Penner. Like a hoho from a broken heart. Was ist los, wo bist du hin? Du verschwunden. Das war sehr schön, Hadi. Im Erdreich des Glücks. Es wird unsere Zuschauer sehr freuen, dass sie das hören dürfen. Oh, geil. Du kannst doch nicht weiter singen. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Jetzt hast du gesagt, dass die Zuschauer das schon hören. Und da habe ich mir gedacht, den lachstlichen Texte nehme ich dann doch nicht. Aber wir sind doch gar nicht in der Aufnahme. Ja, jetzt auf einmal, oder was? Warum? 3, 2, 1. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ist klar, Junge. Mit Anführungszeichen. Es ist riechend. Okay, jetzt geht los. Boah, Alter. Jawoll. Was? 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 Was ist das denn? Ne. Ne, Wizard ist es diesmal nicht. Moment. Ach so! Ach, verpiss dich doch. Ich habe keine Ahnung. Ach so. Ne. Was? Was denn? Shooting wahrscheinlich, wahr? Jetzt bin ich zu langsam. Boah, shut down, Mami. Nein. Was denn? Ich fand das gar nicht so schlecht. Das habe ich jetzt aber auch nicht hingekriegt. Boah, Christian. Stell dich doch genau vor meine Fresse, Junge. Oh, okay. Ich basti. Was soll das denn sein? Was soll das denn sein? Weiß ich auch noch nicht. Mit? Mit? Was zum Teufel ist das? Was zum Teufel ist das? Ich weiß es nicht. Aufstaben. What? Homie? What? 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 Ja! OX? Nein! Oh mein Gott. Jammer! Drei geile Pünktchen für mich. Das kommt alle Jahre immer dran, ey. Oh yeah, bitch. Das war krass. Das war mega schlecht. Oh, man hört sich wieder selber. Das ist doch mal sehr gut. Boah, ich habe den Pegel sogar noch mal höher gedreht. Ja, kann ich ja nichts hören, wenn du dich ansteigen kannst. Huh. Was könnte das sein? What? Was könnte das sein? Das war ja einfach. What? Oh! Nein! Nein! Ach nein! Nein! Ich war zu langsam. Das ist doch schwul, ey. Richtig. Richtig gut. Was? Noch keine Punkte, sagst du? Aber gut. Boah, das ist aber echt scheiße. Ne. Ne. Äh. Scheiße. Scheiße. Wie kannst du das schon, oder? Gleich ein Fehler. Ich habe sogar am Anfang Lollipoop geschrieben, ey. Lollipoop? Scheiße. Oh Mann, ey. Scheiße, am Stilchen zu löschen, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Ach, komm, ganz im Ernst, Christian. Ja. Scheiße. Alter, willst du mich verarschen? Ich habe mich verschrieben, nachdem ich Beach geschrieben hatte. Der hat mir das sonst so... Ah, fuck, ey. Ach, das ist doch scheiße. Alter. Oh, mein erster Punkt. Böööööööööööööööööööööö. Uh. So. Ach ja. Haha, Dennis! Du Arsch, du Arsch, du Arsch! Wuhu! Ne, da kommen nicht so oft so gleiche Sachen. Ne, das kommt quasi nie vor. Ja, aber voll die harten Matches hier gerade. Arschlecken, ey. Ich brauch mal wieder ein paar Pünktchen. Darf ich jetzt mal bitte zeichnen? Ja, die darf. Oh, alle nicht tippen, alle nicht tippen. Alle nicht tippen wäre natürlich richtig geil. Ach, wenn er gut tippt, wenn er gut zeichnet, dann kriegt er mehr Punkte oder was? Ja, wenn mehr da raten. Okay. Was ist das denn für ein Tier, Hadi? What? Scheiße, ich weiß nicht, wie das heißt. Ah, easy. Okay, ich hab meinte was anderes. Ganz im Anfang meinte ich voll was anderes. Okay. Jetzt mal einer tracken. Schreib auch mal das Wort hin, wenn alle es schon wissen. Dann kannst du immer noch einen Punkt kriegen. Ne, nachdem mit auch schon angezeigt wurde. Ja. Äh, was soll das denn sein? Oh, wei. Sandler-Sex auf jeden Fall. Ja, wirklich. Du musst dich bewegen und deine Maus bewegen. Wir haben Maus bewegen, schreiben, alles. Hab ich. Hab eh nix verpasst. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Oh, was ist das denn? Das kann nicht sein. Bam, bitte. Aschlecken. Boah, war das knapp, ey. Was? Ach, Julien. Ach, ja genau. Da machst du echt grad gar nix gegen, ey. Ne. Hab keine Ahnung. Besser wiederholen sich überhaupt nicht. Was wird denn? Ach nein. Könnte auch ein Typ sein mit ner Sonnenbrille so ein bisschen. Oh, warum nicht vor mir stellen müssen? Oh, sorry. Nicht, ja, ja, okay. Erstmal am Anfang immer Creeper schreiten. What? Ja. Ach, verpiss dich doch, Frau. Ja. Aha. Eat my dick. Aha. Hadi, eat my dick and fix your microphone. Ach, das ist doch scheiße. Was soll das denn da sein oben links? Das ist Batman. Batman? Batman? Ja sicher. Seid ihr bitte da auf Batman gekommen. Hammer. Wie soll ich das denn zeichnen? Okay. Äh, was soll ich das denn jetzt zeichnen? Wie soll ich das denn jetzt zeichnen? Ich find's aber erstaunlich, was für verschiedene Herangehensweise, was für Perspektiven die Leute haben. Anstatt so was voll auffälliges von Batman zu zeichnen, wie die Maske. Okay, erstmal ein Männchen mit Kate. Ja echt mal. Zeichnen ist einfach ein Batman Zeichen. Das ist echt interessant. Ich hab keine Ahnung gerade. Ich weiß auch nicht mal, ob ich das richtig zeichne. Schmeckt mal Schaber. Schmeckt mal Schaber. Schmeckt mal Schaber. Schmeckt mal Schaber. Was schmeckst du denn da? So sieht aus, ey. Äh. Was? Keine Ahnung. Emerald, ja. Ach, Emerald. Oh, die sind grün. Die sind grün. Ah, die sind grün. Ja, in meinem Texture Pack waren die glaube ich immer blau. Oh, das. Oh, das. Ja, auf jeden Fall. Blau ist Maragda, Alter. Achso, das war. Ah, okay. Ja. Miauuu. Was ist das denn? Was? Ah, fuck, fuck, fuck. War gut. War gut. Sehr gut, Peter. Ja, ich mach grad Mist. Das ist immer gar nicht. Ich hab echt hart Mist. Okay, das ist schwarz. Was soll das sein? Klub'n Scheiße, Mr. Henki. What? What? Ne. Das ist voll gut. Ach, das. Oh mein Gott. What? Nein! Die Mono, Alter. Die Mono, Alter. Das ist richtig gut. Richtig gut. Leute, was ist das denn? Ach, das ist das Scheiße. Ich weiß nicht, was das Wort ist. Das ist schlecht. Ja, Bombe. WTF? Erstmal Rose schreiben. Könntest du das nicht wissen. Das ist ein Penner. Ja, das ist ein Penner, Hobo ist ein Penner. Hoho from a broken home. Warte, ein Hobo ist ein Penner? Ja. Oh, ne, dann nehm ich lieber das für. Okay, ähm... Was? Äh, ja. Hab ich nicht auf den Klippe gekriegt, ich mach viel zu langsam. Was? Ja. Hammer. Penner. Warte, was? Boah, was ist denn daran so schwierig, du Homo, ey? Du Hobo, ey. Ach so, jetzt hab ich's verstanden. Das ist halt ein Clowns-Schuh, ne? Ja, aber echt, was? Ist doch egal. Ah, der Anfang ist voll doof. Ja, voll überwertet. Ja, erstmal AFK durch die gehen gucken. Ja, ich glaube, der googelt gerade, was das Wort bedeutet. Pff, das kann sogar wirklich sein. Ja, Xbox erst nochmal schreiben mit Rot. Ja, warum nicht? Jawoll. Ach komm. Was? Aha. Oh, Dennis. Aha, Peter. Ja, na, 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 na. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Oh, nein, oh. Ah lol, laba ist das jetzt. Oh, das wäre ganz falsch gewesen. Boah, Alter, ihr seid ja voll abgezogen. Alter, das ist weiter, ey. Du kannst nix, oder wat? Alter, Fatscher. Boah, Hardy, die waren einfach so. So, als Zweiter hart gefickt worden. Egal. Hardy kann nix. Vielen Dank für Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.